so da sind wir wieder ich mache einfach eine zweite folge ich habe mir überlegt weil das so süß war dass ich vielleicht doch mal irgendwie ein komplettes let's play mache schauen wir mal wie ich denn jetzt hier so weiterkomme ist mein controller ein bisschen hüpfen ich hoffe da draußen lauert nichts gruselig bösartiges ganz kurz gucken wie ich denn noch mal an das zauberbuch kam das habe ich schon wieder ganz vergessen buch öffnen ach damit das wäre dann ja ok hochschließen tasten belegung habe ich allerdings vergessen hoch die alte elva hallo du sollst jetzt nicht vorher auf die knie fallen drache vielleicht wahrscheinlich muss ich jetzt zu dem magischen baum rennen weiß ich auch nicht drache gut dann huste doch mal ein bisschen was heißt denn hier umgeben muss ich hier schon muss ich vielleicht sie schweben lassen das ding schweben lassen irgendwas tun sie nicht so aus also ach da kann ich einfach rüberhüpfen toll weil ich jetzt komplizierter gedacht dass es sein musste ja ja immer banger ums herz ja du bist lustig nix heiligen spot ich will doch zum baum oh stimmt gut jetzt aber schweben bin ich zu hoch ich kann mich jetzt nicht daran erinnern wie hoch das war ich dachte der aufzucht wäre nicht so weit oben gewesen ich bin ein bisschen irritiert ok ok wieder schweben immer schweben immer schweben ja ok wie kann ich was reparieren so das ist auch schon wieder was muss ich das reparierte benutzen jetzt müsste ich da oben hoch hüpfen und dann wahrscheinlich schweben nehmen ach jetzt kann ich beides sonst doch schön ah die maus die maus ist immer eine katastrophe ein drache mit huschen oder von der anderen seite des dorftoros hmmm ja na sie konnte nicht was denn doch ein bisschen angst was also muss ich da dran hüpfen na schüttel doller und vor zurück wie du es gelernt hast im kindergarten und hopp so kann ich ihn ist das das feuer hält mich das nee der gang brennt nicht ich stürze mir jetzt nicht die decke auf den kopf das hatten wir doch schon mal dass dieser baum nicht so nett ist wie der andere einmal durchschnaufen ja und weiter geht's hüpf hüpf kleines kind okay jetzt kann ich mir löschen nehmen yeah zisch habe ich doch jetzt bestimmt im das ist gaslicht gasflamme kann ich da einfach drüber ja okay schweben ah das löschen ist verschwunden das konnte man also nur das sagte die ja vorhin auch irgendwie some words oder so die bleiben da ja und was war hier mit dann naja gut äh jetzt muss ich das wort hier wahrscheinlich rüber ziehen ja das sieht gut aus word magic ja komm ich hier durch oh die ist kaputt muss ich wahrscheinlich reparieren machen naja bisschen magerer klang ne so 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 richtig repariert bist du nicht jaja fast fast oh no 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 where are the other fireflies hm muss ich da was reparieren vielleicht äh reparatur erledigt fireflies fireflies please be here please be here so 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 robin robin the fireflies were gone so 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 we 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 Ja, dann mach du dich mal auf deine Heldenreise. Tja, dann such mal deine Antworten. Oh, und die Liebe von diesem Land steuern. Hey, Ava. Über den Kopf springen kann ich nicht. Die Vertonung. Tief einatmen. Okay. Ich schätze mal, dass wir am Ende gegen das riesengroße Feuermonster kämpfen. Mit einem Superlöschwort oder so. Aber sie würde nicht stoppen werden. Das war weiter, als sie vorher war. Und zwar war es... ...exhilarierend, wundervoll und schrecklich. Ja, das ist weiter als bis zur nächsten Bushaltest. Angst begleitete sie. Hm, die Gegend sieht schon ziemlich abgefackelt aus. Da kann so ein kleines Kind schon mal Angst kriegen. Oh je, die Dinge sollten gleich viel schlimmer werden als... Oh, da hinten. Also doch ein Drache. Tja, dann lag ich wohl nicht verkehrt. Aber Robin würde nicht verkehrt werden. Okay. Ei. Brückelt das wieder? Ah, nein. Da kann ich doch wieder... Was denn jetzt? Reparieren vielleicht? Ja, ja. Reparieren. Wo wäre ich denn sonst hingekommen? Wäre ich nach unten gerutscht oder so? Da muss ich das Wort wieder rüber ziehen. Damit wir alles im Griff haben. Die Steuerung geht übrigens ganz gut. Also man kann das... Also jetzt hier so beim Springen... Das ist eigentlich nett und nicht unfair, dass man mal so... Huh, ich komme nicht weit genug oder so das Gefühl hat. Ist gut. Warum sollte ein... Okay, aber... Warum sollte ein Drache Glühwürmchen klauen? Bist du sicher, dass du das tun willst, mein Kind? Und stürzt sie sich in die Tiefe. Und jetzt? Ich habe Angst. Ich duck mich. Ähm... Möchte das Spiel, dass wir springen? Okay. Spiel vorbei. Hallo, Journal. Wir gingen heute zu Gran sehen. Hm... Die Omi. In das Krankenhaus? Ähm... Es sieht aus wie... Eine große, große Fortress. Okay. Der Bruder ist bei den Nachbarn und darf da alles zerkauen. Ja, das Krankenhaus sieht wirklich aus wie eine Festung. Das stimmt. Wie eine Fortress. Eine große da. Ähm... Es dauerte uns lange, um den richtigen Platz zu finden. Dad, lass mich die Tür öffnen. Hm... Also wenn ich da runtergehe, dann mache ich die Tür auf. Komm weiter. Ach, die Figur ist so süß. Irgendwie mit dem... Haaren da... Ah... Ich muss das... Wort wieder... hochziehen. Ups... Okay... Komm ich bis oben? Ja. Gran hat ein großartiges Bett zu Hause. Nichts wie das Krankenhaus, wo sie da war. Liegt da drin. Sie sah so klein. Tja... Welchen Unterschied allein in den Farben. Tja... Welchen Unterschied allein in den Farben. Sie sah so weit. Geht's bei dieser Geschichte eigentlich auch irgendwie ums Sterben? Ich hoffe nicht. Würde mich echt deprimieren. Okay, was muss ich machen? Muss ich mit der Lupe? Irgendwas rumsuchen? Aber sie fand es schwer, die richtigen Worte zu finden. Das ist es doch, ne? Auszusprechen haben wir zu wählen. Naja, wir nehmen zu finden. Sie konnte einfach nicht richtig... Na komm. Sprechen. Denken. Atmen. Oh je... Es war durch die Schmerzen. Oh je... Oh je... Sie ist meistens so beruhig. Aber jetzt... Sie hat sie... Stopp'ing. Mitten im... Stats... Mit ihnen... Im Satz... Oh je... Timment... Als wären alle Wörter... Verdreht oder so, oder? Außer Reichweite. Oh je... Und sie schnalzte mit der Zunge... Wie sie es macht, wenn sie sich ärgert. Ich konnte sehen, wie sehr sie das frustrierte. Und dann Gran started koffing. Sie haben eine Oxygenmaske auf sie. Ich sagte ihr, sie sah wie... Darth Gran. Darth Oma. Ja... Yeah... Oma Wars. Oder Gran Wars. Was muss ich jetzt machen? Habe ich zu wenig? Darüber musste sie lächeln. Okay... Das ist mir... Ich denke... Das ist mir... ... 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